Das ist auch nicht gerade zu übersehen. Nein, die Tür ist abgeriegelt. Soll ein Scherz sein, oder? Nee. Auf Wiedersehen, auf Wieder... Auf Wiedersehen. Oh Gott, okay, geht's nicht weiter. Autsch, Autsch, Autsch. Okay, ihr merkt das, ich bleib schön in Bewegung. Oh, auf Wiedersehen. Boah, Leute. Wir haben es geschafft. Das darf ja nicht wahr sein. Ich meine, natürlich haben wir das geschafft. Waffenpunkte halten, danke schön. Oh, Leute. Oh, Leute, oh, Leute. Was können wir denn hier freischalten? Abgefeuerte Kugeln durchdringen beim Zoomen ihre Ziele. Beim Zoom abgefeuerte Kugeln verursachen zusätzlichen Kopfschussschaden. Bewege dich schneller, wenn du mit dem taktischen Fernrohr hereingezoomt hast. Ja, ich benutze das Fernrohr jetzt gar nicht so oft. Hm, Explosivschuss reduziert die Aufladezeit. Dann sparen wir mal lieber noch die fünf Punkte, also noch einen weiteren Waffenpunkt. Meine Güte. Das darf ja nicht wahr sein. Also die Kämpfe werden auf jeden Fall nicht leichter. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Da ist das nächste Blutnest. Das ist ganz schön. Ich frage mich eher, wo bin ich überhaupt? Über uns ist die Bretonen-Marke, so wie ich das gerade sehe. Irgendwo hier über uns. Aber wie komme ich denn da bitte hin? Also hier komme ich nicht nach oben, glaube ich. Oder? Hier irgendwo vielleicht? Nein. Hier? Nein. Okay, wir schließen erstmal das Blutnest. Und dann sehen wir weiter. Und auf Wiedersehen. Weg mit dir. Man nennt mich auch den Hüllenzerfetzer. Tatsächlich. Um Gott, was ist das für... Okay, man nennt mich auch den Hüllenflüchter. Hab ich für irgendwas anderes Munition? Ja. Nein. Nein. Autsch. Aua. 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 Uhuhu. Wir können über alles reden. Wir können über alles reden. Wir können über alles reden. Dachtest du, ne? Ha. Dachtest du, ne? Man redet nicht, du Weichei. So. Hey, die Automap. Dankeschön. Ich weiß, hier ist noch irgendwo ein Soldat, aber... So. Blutnest 2 von 4. Uhuhu. Das war ja gar kein Problem. Okay, hier ist der erste Eintrag. Die Gießerei verarbeitet die gesamten schweren Elemente, die in der umliegenden Marslandschaft und rund um dem Argentbruch abgebaut werden. Die Veredelung von Argentplasma erfordert große Mengen von Übergangsmetallen und Erdgasen. Daher ist ein zentraler Ort unerlässlich, der systematisch gereinigt und dekontaminiert werden kann, um die Produktion von Argentenergie so effizient wie möglich zu halten. Aus diesem Grund gilt dieser Bereich als Gefahrengebiet und alle UAC-Angestellten müssen sich regelmäßig medizinisch untersuchen und unterziehen, also ganz seriöse Arbeit hier auf dem Mars, um sicherzustellen, dass ihre Produktionskapazität nicht durch die Umgebung geschwächt wird. Die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Betriebsunfällen in der Gießerei ist seit MTC 2146 drastisch zurückgegangen. Zu diesem Zeitpunkt wurden neue UAC-Sicherheitsprotokolle eingeführt, die vorschreiben, dass Mitarbeiter, die gefährlichen Stoffe ausgesetzt werden, zwecks Reinigung, umziehen und falls möglich Wiedereingliederungen sofort in die Lazarus-Labore geschickt werden. Infolge dieser neuen Protokolle sind die offiziell gemeldeten Todesfällen auf ein vernachlässigbares Maß zurückgegangen. Nochmal Lazarus, ihr wisst, das sind die Versuche, bei denen die ganzen Besessenen gemacht wurden. Okay, wir sind hier. Da ist noch eine Protonenmarke. Hä? Da drin ist eine Protonenmarke. Wie kommen wir denn da hin? Hier? Okay, hier ist die blaue Sicherheitskarte. Das ist sehr interessant. Die brauchen wir. Dankeschön. Führer. Boah. Dann kommen wir da rein. Ne, wir müssen da nochmal hin. Wir müssen nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurück. Ich habe so das ungute Gefühl, als hätten wir da was übersehen. Und ich mag es nicht, hier in Doom etwas zu übersehen. Hier, hier links, hier nach oben, was? Hier. Ach, seht mal. Aha. Schön versteckt, aber nicht gut genug. Hehe. Hey. So. Protonenmarke erhalten. Sehr schön. Nehme ich gerne mit. Runter, runter. Jetzt haben wir wieder sehr, sehr viele Ziele. Ihr seht das. Wir haben noch blaue Ziele. Wir haben weiße Ziele. Und so weiter und so fort. Oh, ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig. Was sagen die Herausforderungen? Noch ein Sammelstück fehlt. Und direkt die Besessenen zu töten. Moment, wie kommen wir denn da hin? Hey. Das ist ja quasi da links, oder nicht? Hier drin ist so ein Scherz, oder? Nummer zwei von zwei. Das war Gewehrmunition. Typ oder so ähnlich. Prototyp. Das soll ein Scherz sein, du Mistvieh. Meine Güte. Wenig Munition. Ja, langsam haben wir gar keine Munition mehr. Okay, wir nehmen das Schirmgewehr. Meine Herren. Also, die Kämpfe sind echt der Wahnsinn, aber manchmal ganz schön gemein. So, hier geht's rum. Und hier geht's rein. Die Schlüsselkarte haben wir. Okidoki. Und hier kommen wir schon mit der blauen Schlüsselkarte rein. Uah. Nummer eins. Nummer zwei. Ich hab so das Gefühl als... Ja, das nächste Blutnest. Hey. Lebensenergie, die nehm ich doch gerne mit. Und rein mit der Hand. Und her mit der Energie. Dankeschön. Oh, Mann. Sieht das fies aus. Okay, der Kreis schließt sich hier. Oder öffnet sich, je nachdem, wie man das sehen möchte. Okay. Und hallo. Blutnest. Oh. Okay. Schöne Bewegung bleiben. Dann passiert jetzt nichts. Uah. Komm schon. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Boah. Nein. Alle, du nicht du. Komm schon. Komm schon. Uah. Ja. Boah, das war aber... Das war aber echt Glück, wisst ihr das? Das war aber echt Glück. Waffenpunkte halten. Dankeschön. Sieben Waffenpunkte. Das heißt, wir können uns das hier kaufen. Was ist das denn jetzt? Ein direkter Treffer eines Explosivschusses erzeugt Bombenbündel. Meisterschaftsherausforderungen. Landet 20 direkte Treffer bei Ims. Wannische Bedrohung reduziert um 75%. Und damit bleibt nur noch ein letztes Blutnest. Okay, das heißt, wir müssen jetzt die Explosivschüsse direkt auf die Ims feuern. Das sollte nicht allzu schwierig werden. So, und hier oben haben wir es jetzt ganz gut aufgeräumt. Das ist nur Rüstung. Die brauchen wir nicht. Da ist unsere Hauptpunktmarkierung. Okay, wir folgen mal der Markierung in Richtung des letzten Blutnests. Und die Blutnester sind genau auf diesem Pentagramm. Verdächtig, oder? Ich gehe jetzt einmal hier grob die Wege ab. Da oben haben wir noch... Schildenergie. Die hätte ich auch gerne. Nein! Boah. Fast gestorben. Das darf doch nicht wahr sein. Wie kommt man denn hier hoch? Da kommt man nicht hoch. Da kommt man auch nicht hoch. Wie kommt man hier nach oben? Ich weiß es nicht. Okay, das Blutnest soll irgendwo da hinten sein. Hier kommen wir nicht weiter wegen der Kernschmelze. Okay, das macht bis jetzt alles recht viel Sinn. Okay, hier waren wir ja schon. Okay. Okay, dann folgen wir mal der Markierung. Sie werden einfach fast keine Munition mehr haben, oder? Das darf ja nicht wahr sein. Acht Schuss noch für die Schrotflinte. Meine Herren. Okay, hier hatten wir die Modifikation. Okay. Da ist der Handscanner. Und hier haben wir die Spur der Hand, aber... Ah, lass mich raten. Wir müssen weiterhin dem Pentagramm folgen. Und dem Pentagramm, ist das richtig? Eher weniger. Dem Hologramm. Der ist hier lang gegangen. Okay. Die Handtemperatur steigt. Darüber komme ich aber nicht. Oder? Nee. Darüber komme ich nicht. Ach, seht mal. Darf ja nicht wahr sein. Ja, das war jetzt Glück. Die Bretonenmarke. Die hätte ich jetzt echt übersehen. So. Da komme ich doch nicht hoch, oder? Tatsächlich. Jetzt hier hoch. Jetzt hier hoch. Und jetzt hier rüber. Okay, macht Sinn. Ach so. Hey, schicker Arm. Darf ich mal? Danke. Ist nicht wahr, oder? Haben wir gerade echt den Arm mitgenommen. Moment. Eins von 20. Okay, das müssen wir so machen. Bei Imps. Das ist ja nicht allzu schwierig. Und hier haben wir jetzt die wunderschöne Hand, oder? Da. Drauf mit der Hand. Bäh. Ist ja ekelhaft. Ach, okay. Wir haben das Gas deaktiviert. Ich verstehe schon. Oh nein. Oh nein, oh nein. Diese Blutnässe. Hört mal. Sie rufen regelrecht nach uns. Was immer noch recht rätselhaft ist, ist die große Frage. Kommen wir selber aus der Hölle? Seht's euch an. Es ist schon sehr, sehr, äh, ja. Eklig. Achtung. Kernhitze an der Obergrenze. Ja, ja. Okay. Was soll's. Haben wir eine Wahl? Nein. Auf damit. 2 von 20. Das war kein Direkttreffer. Das war ein Direkttreffer. Das war ein Direktschlag. Auf Wiedersehen. Ne. Bitteschön, Freundchen. So. 4 von 4. Na, das war ein Witz, oder? Der Mond hat gesetzt auf Minimal reduziert. Abriegelung aufgehoben. Jo. Naja. Also, das war jetzt nicht so furchtbar, oder? Bla, 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 bla. Uns fehlt noch eine Elite-Wache. Wo ist die denn? Vermutlich hier im letzten Bereich. Hier haben wir noch einen kleinen Bereich vor uns. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Äh, ja, wir müssen zurück. Also, ich möchte den nicht angeben, aber das haben wir jetzt mal wieder ganz gut hinbekommen. Mit der Leistung bin ich ganz zufrieden. Hallo? Auf Wiedersehen. Dass die mal so unfreundlich sein müssen, oder? Ich meine, wir haben denen ja wirklich nichts getan. Wir wollen nur hier die Maßstation verteidigen. Wir müssen nach da. Wir bleiben mal lieber oben. Ist das hier der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Es sieht geografisch aber richtig aus. Ja, hier ist der Eingang. Na, perfekt. Oh. Hier geht alles in die Luft. Merkt ihr das? Oh nein, oh nein. Die Kerntemperatur übersteigt kritische Grenzen. Okay. Will ich das aktivieren? Noch können wir uns hier in Ruhe umsehen. Und ich vermute hier nämlich auch noch unsere letzte Marke. Oder? Unsere letzte Bretonenmarke müsste hier eigentlich irgendwo verborgen sein. Wobei es sieht nicht so aus. Und hier liegt so viel Rüstung rum. Hier kommt ein richtig böser Kampf. Ist ja das. Ein ganz, ganz böser Kampf. Da drin ist die auch nicht. Ne. Okay, vielleicht kommt es hier noch. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Level nochmal absuchen. Oh, oh. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Ah, die. Diese Typen hier sind gar nicht so stark. Also man muss sich viel darauf einlassen, wie man sie gut besiegen kann. Da sind die wirklich gar kein Problem. Und überall diese Imps, die hier rumspringen. Furchtbar. Furchtbar. Man darf eben nur nicht zu viel stehen bleiben. Dann ist es gar kein Problem hier, gut voranzukommen. So. Boah. Im Sprung. Autsch. Oh nein, oh nein. Oh, Mann. Glück gehabt. Nein, das war es immer noch nicht. Oh Gott, oh Gott. Auf Wiedersehen. Okay. 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 Nein, bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Immer nur nicht jetzt. Okay. Nein, 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 nein. Boah, zwei Stück, wisst ihr? Dass ja gar nicht schwierig genug ist, wie an der Stelle. Oh, Mann. Ist sie das, ja? Ein primärer Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Ja, und genau die jagen wir. Boah, Leute, ich brauche erstmal eine Pause. Dann kommen da noch zwei von den Höllenrittern auf einmal, wisst ihr? Als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen. Nein, nein, nein. Da nochmal das Schlimmste obendrauf. Boah, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ach, seht mal. Eine Bretonenmarke. Die letzte. Genau die noch fehlt. Danke, danke. Verbessert das Tempo bestimmte Aktionen? Verbessert die Effektivität von Verstärkern? Was haben wir denn hier jetzt? Explosive Fässer, Pipapo. Machen wir das lieber. Haben wir das alles schon mal? Das darf ja nicht wahr sein. 2, 1. Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken und so weiter. Ja, nee. Nicht unbedingt. Automate deckt Erkundungsgegenstände in einem größeren Bereich auf. Das ist super. Wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen. Und ihr seht, wir haben alle Drohnen, alle Argentzellen, alle Edithwachen. Nur die Extras. Naja. In den Extras fehlt noch so einiges. Hier haben wir nichts mehr versteckt. Okay. Schutztü... Schutztüren öffnen. Näh. Autorisierung Olivia Pierce Alpha 402 Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Aurora. Du hättest sie sowieso niemals retten können. Was für ein Miststück. Näh. Was für ein Miststück. Kernschmelze aufgehalten. Ja, aber... Das System lässt sich jetzt nur noch von an Licht herüberholen. Wir müssen den Argent Tower an der Oberfläche manuell abschalten. An der Oberfläche, ja. Und wieder hat er gesagt, das Portal zwischen unserer Welt und ihrer. Wir kommen also definitiv aus der Hölle. Warum auch immer. Okay, und das war's mit dem Level. Meine Güte. Boah, Leute. Das war aber echt nicht ohne, oder? Kampf, alle, geschafft. Ja, Erkundung, naja. Extras, naja. Ich bin zufrieden. Ich würde sagen, Leute. Das war's wieder mit Doom. Und es wird immer schwieriger, immer anstrengender. Aber es macht immer mehr Spaß. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal mit Olivia Pierce. Und dann werden wir vielleicht ihre Blutspuren an unseren Fäusten haben. Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal.